Backar müssen Sie. Hezabel, lütfen. Arkadaşlar, das ist Türkisch und heißt Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typisch Türkisch. Wenn ihr mit eurer Familie essen geht, dann zahlt Baba. Wenn euer Chef euch eingeladen hat, das ist einfach, dann zahlt der Chef. Aber wenn ihr mit euren Freunden essen geht und irgendwann die Rechnung kommt, dann gibt es ein Problem. Wer bezahlt? Getrennt bezahlen geht überhaupt nicht. Die Türken haben sogar einen speziellen Ausdruck dafür. Rechnung auf deutsche Art. Wenn also die Rechnung kommt, dann müsst ihr schnell sein. Ich bezahle. Ich bezahle. Nein. Bam. 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 Und das kann noch ganz, ganz lange so weitergehen. Backar müssen Sie. Hezabel, lütfen. Hurra, ich hab gezahlt. Nietzsche. Bitte. Bis zum nächsten Mal.